wer ist da ich wünsche wer hier ist ich bin bloß will nein natürlich nicht ich will auch noch mal was wissen die nikolaus gmbh schickt einen armen hafen nicht in den sicheren jahr muss ich den kindern diese jahre muss ich muss ich diese muss ich diese kacke machen ich muss den kindern die ursache verständigen ich glaube ich habe kein leben nein mario und ja was was jetzt was wenn ich damals nur bei der air force geblieben wäre du warst bei der air force nein ich sollte vielleicht nicht überhaupt nicht wer bei der air force geblieben muss kann man ja ganz leicht nach oben nein nein ich glaube es nicht gib mir eine karotte nein ich habe keine kannst du mir bitte meine also ich brauche natürlich ja ich bin ich da nicht er mich läger in die corona krisen daraus geschickt hat in die corona wir schleudern dann brauche ich natürlich jetzt eine entschädigung und mit entschädigung meine karotte los lass orange in das gemüse rüber wachsen ich habe keine Und das hat alles sehr verstört. Ich hab keine. Tut mir leid, die sind ausgekost. Waren 50% reduziert. Da waren eine Menge Hasen. Schon das dritte Versuch, Herr Haus. Und ich hab noch nirgendwo an die Karotte gekauft. Was ist denn die Erklärung? Mit der Erklärung, so war ich gelogen. Mein Mercedes, ich kann dir raten, wenn mein Mercedes nicht bezahlen ist. Boah! Komm, bist du richtig krass. Glipp rein. Aber dass sie mich daraus schicken, ich schüttel mir den Nikolaus-PBH. Ich verklapp die. Also gut, ich weiß nicht, bis auf die letzten Szenen verklagen. Ich lass mir das nicht sein. Was ist denn? Was ist denn hier der Karotte? 2, 3, 4нов? 63. 24. 36. 37. 32. 68. 60.